Hallo und herzlich willkommen! Wir haben heute den 16. Dezember. Heute mit dabei Lani. Hallo. Ja, Lani und ich haben uns gedacht, wir verbringen mal ein paar ruhige Tage auf dem Land und haben es uns auch schon so schön gemütlich gemacht. Ja, und ich freue mich sehr, dass du mir heute hilfst dabei, die Adventskalender zu öffnen und vielleicht ein bisschen mit ratest, was drin sein könnte allgemein. Ich freue mich auch. Schön, dass ich mitmachen darf. Ja, klar. Genau, wir haben hier zum einen diese wunderbare Dose hier, die Nummer 16 und einmal den größeren Wüffel. Du darfst aussuchen, was du möchtest, ob du beide öffnen möchtest oder? Ich würde gerne den Wüffel öffnen. Ich möchte auch mal ausprobieren, ich weiß nicht, wie das geht. Okay, Challenge Accepted. Soll ich loslegen? Wie du magst. Ja, es ist ein großes Türchen, also so richtig, so Durchmesser 25 Zentimeter quadratisch. Das könnte drin sein. Ich glaube, ihr hattet gestern schon oder vorgestern die Klopapierrolle, gell? Hey, das wäre jetzt so meine erste Assoziation gewesen. Die Klopapierrolle war aber in diesem Päckchen dran. Ansonsten Schnapsgläser gab es mal im alten Adventskalender. Oh, das ist eine schöne Idee. Vielleicht sowas? Ja. Ja, guck mal, schau. Okay. Was denkst du? Ich weiß es auch nicht, aber Schnapsgläser wäre ziemlich cool oder Flachmann. Würde dazu... ja. Lassen wir uns überraschen. Soll ich gucken? Ja. Das ist schon ganz schön wackelig. Ja, der musste schon viele Transporte jetzt übergeben. Zum Schluss ist es nur noch so ein... Okay, es ist viel kleiner. Es ist viel kleiner. Und es ist nicht DC. Oh mein Gott, das ist von Marvel Avengers, ein Anhänger. Ja, oh wie cool. Schön, dass alles von Marvel dabei ist. Ja. Ist richtig schön. Nochmal zeigen. Ja, Avengers. Ja. Okay, nee, cool. Also wirklich, ich freue mich drüber, weil... Mein Schlüssel kann nicht genug Anhänger haben. Nee, toll. Das wäre schön, das ausgepackt. Willst du nicht zufälligerweise auch das aufgleich, oder? Nee, ich mag es gerne meiner Tastung. Okay. Aber auspacken lassen Sie es nicht. Genau, drauf ist 16 Commodore. Ich kann es nicht zu Wort, ne? Ist vor unserer Zeit allgemein. Genau, und es fühlt sich an wie eine Dose. Ja, eine Dose mit hier oben einem Deckelchen. Mhm, also schön. Tatsächlich fände ich schön, wenn da ein Gewürz drin wäre. Also irgendwie, aber... Nee. Ich habe die Waagebefürchtung, heißt das so? Also ich habe die Befürchtung, dass... Okay, ich gestern das im anderen Kalender hatte. Von DC, eine Überraschungsfigur von DC. Wollen wir mal schauen, ob sich das bewahrheitet? Unbedingt. Ja. Ja. Tatsächlich haben wir... Genau, es ist tatsächlich das Gleiche. Also es ist auch diese Dose mit... Also wir haben hier... Wer sich vielleicht erinnert, gestern habe ich das mit Sade aufgemacht. Und da war eben auch diese Dose drin, bloß heute eine zweite. Ich habe jetzt zwei davon. Schön. Können ja unterschiedliche Dinge drin sein. Und einmal Marmel dabei. Ja, das... Ich will dann nur DC. Genau, das freut mich sehr, sehr cool. Ja, vor allem... Also ich würde mich aber auch freuen, wenn zum Beispiel das zwei... zwei Päckchen weiter auch nochmal drin ist. Also im anderen Kalender. Das wäre natürlich ganz schön. Und mal schauen, ob das so... Ob ich vielleicht noch mehr Marmel bekomme. Stimmt. Mal schauen. Ne. Ja. Wir haben jetzt noch einen schönen Abend. Wir lassen uns zur Adventszeit noch ein bisschen gut gehen. Wir haben auch so leckeres Adventssushi gefunden. So schönes Weihnachtsbaum. Das lassen wir uns dann noch schmecken und einfach mal ein bisschen den Abend genießen. Meine Lieben, danke, dass ihr zugeschaltet habt. Auch danke, dass du mitgemacht hast. Danke, dass ich mitmachen durfte. Ja, klar. Und ja, wir hören, sehen uns dann morgen. Macht es gut. Tschüss. Tschau. Tschau.